Wir möchten Sie nach Izmir, Türkei einladen, um eine Mami-Make-up-Operation mit günstigem Preis durchzuführen. Ein neuer Look ist in nur wenigen Tagen möglich. Mit günstigem Preis ist es sehr einfach, die Form und das Aussehen Ihres Körpers wiederherzustellen, indem Sie sich nach einer Mami-Make-up-Operation zur Bruststraffung, Brustvergrößerung, Bauchstraffung und Fettabsaugung in der Klinik für ästhetische und plastische Chirurgie des Izmir Ecol Hospitals unterziehen. Kontaktieren Sie uns für einen schönen Start in den Sommer.